Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach bei kleinen Anzeigen euer Konto komplett löschen könnt, sodass alle Daten runter sind. Das Ganze ist nämlich relativ einfach. Und zwar geht ihr dafür erst einmal unten rechts auf Mainz, so wie ich das Ganze jetzt hier gemacht habe. Dann seht ihr hier euer Profil. Wenn ihr angemeldet seid, das solltet ihr natürlich, wenn ihr euer Konto löschen möchtet. Dann drücken wir einmal oben rechts auf das Zahnrad und nun einmal auf die Kontoeinstellung. Zack, kommen hier hin. Und nun können wir hier einfach drauf drücken auf Nutzerkonto löschen. Wenn wir das Ganze machen, wird natürlich unser Konto komplett gelöscht und es kann sein, dass ihr das nicht wieder reaktivieren könnt. Das heißt, passt auf, wenn ihr das einmal löscht, könnte es sein, dass im Prinzip das Konto komplett weg ist. Falls ihr euch weiterhelfen könnt, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Da würde mich extrem, extrem freuen und kostet euch auch nur eine Sekunde. Und dann würde ich sagen, das ist jetzt von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.